Konzerte spielen macht dann Spaß, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt was, was ich bin. Hey, Super Olympic! Weil ja meistens die Drummer immer abhauen, versucht selbst Schlagzeug zu spielen. Das wird einem als deutschsprachiger Künstler sehr dazu beraten, von allen möglichen Instanzen auf Deutsch zu singen. Aber auf der anderen Seite, Flo hat da einfach seine Sprache gefunden. Es durfte irgendwie wüst sein wie Rammstein oder lustig wie Nena oder Trio, aber so etwas Ernsthaftes, das hat man den Deutschen nicht zugetraut. Und seine Musik ist eben absolut auf dem Niveau auch in den großen englischen und amerikanischen Songwritern. Ich habe einen guten Freund, der heißt Florian Ostetter! Wenn ich mir das oft anhöre, dann denke ich, da müsste noch viel mehr gehen und habe oft auch das Gefühl, dass viele Leute das vielleicht noch irgendwie gar nicht erkannt haben, was für ein Potenzial da auch drin ist. Während dem es schon wieder groß an roll ist, wird sich nicht so cool an Francesche sekt hat. Die Glocke liftiviere ist ein Tipp. Ich gesch nerve. Ich fand die erste Tour eigentlich echt cool, weil es halt so total improvisiert, man kommt auch mehr mit den Leuten ins Gespräch und es hat nicht so dieses, okay, da spielt halt eine Band und wir gehen da hin und dann gehen wir wieder heim, sondern es ist halt mehr so ein gemeinsamer Abend und das fand ich eigentlich immer cool. Bis zum nächsten Mal.